Angenommen, Sie wären der Kopf des Sinaloa-Kartells. Die Kartelle zählen ihr Geld, indem sie es den LKW-Anhängern wiegen. Aber eines schönen mexikanischen Tages kommt ihr Geldwäscher zu ihnen und sagt, dass 30 Millionen fehlen. Wem vertrauen Sie die Buchprüfung an? Wer spürt das gestohlene Geld wieder auf? Die Leute in Tusch, eine andere Wirtschaftskanzlei? Sie nehmen irgendwie Kontakt zu jemandem auf, der aus dem Stegreif jahrelang gefälschte Bilanzen in Ordnung bringt. und lebendig aus der Nummer rauskommt. In sieben Monaten gehe ich in den Ruhestand, aber vorher will ich wissen, wer er ist. Wie er es schafft. Ich meine, wer überlebt solche Klienten? Die Geheimnisse, die er kennt.